Guten Morgen, ich wollte euch ein bisschen was erzählen über diesen Platz hier, dem Ayurveda Retreat. Ich bin vor 28 Tagen hier angekommen, mir ging es nicht so gut, ich war müde, abgespannt, hatte Schmerzen und ich habe mich für diesen Platz entschieden, weil ich das Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut fand. Und hervorheben möchte ich die gute ärztliche Betreuung, die Ernährung, Yoga, sehr professionelles Fachpersonal, jeden Tag zwei Massagen. Meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt, also übertroffen. Tja, und ich würde in jedem Ragen, das auch zu probieren. Kratzt eure Piepen zusammen und kommt hierher. Ja, ja, es ist gerade Regenzeit. Mein Bedürfnis war, Ayurveda Basic zu erleben, kein Schnickschnack, sondern nur, um mich zu erholen. Keine touristischen Veranstaltungen und das können sie hier gut erleben. Tja.